Allenfalls kann sich Bayern München so ein Hotel leisten. Mainz 05 kommt hier nicht rein, sagt der HSV-Investor Klaus Michael Kühne über sein neues Prachtstück. Mehr als 100 Millionen Euro hat das Fünf-Sterne-Hotel gekostet. Die günstigste Nacht gibt's ab 355 Euro. Prachtvoller Gegenentwurf zur Tristesse beim HSV. Hamburg hat, hätte ich noch vor einem Jahr gesagt, drei Perlen. Die Elbphalharmonie, unser neues Hotel und den HSV. Jetzt hat es leider nur zwei Perlen. Man kann immer geben, man kann immer nehmen. Das Leben ist lang und das Leben ist bewegt. Es kommen auch mal bessere Zeiten. Im Augenblick haben wir keine guten Zeiten, was den Fußball anbetrifft. Wir sind alle voller Hoffnung. Hoffmann, Hoffnung, das passt zusammen. Also warten wir mal ab, wie sich die Dinge weiterentwickeln. OLENDE MUCH Musik 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 Bis zum nächsten Mal.